moin leute und herzlich willkommen zur ersten folge gta tipps und tricks ja ich bin hier auf dem höchsten berg dem mount chilead das ist hier ja ihr seht ich bin noch nicht so weit hier gefessert da habt ihr schon gesehen ich habe schon wegpunkt gesetzt ja guckt euch hier hinten nochmal los santos der soll untergang boah ist das schön ja und in diesem tipps und tricks video werde ich euch zeigen wie man im singleplayer ja nicht im online modus oder so nur im singleplayer geht das leider zu einem huhn ja ihr werdet zu einem huhn das ist richtig geil so als erstes müsst ihr da was ja halt auf diesen mount chilead gehen und ja einfach hier auf dem berg und dann ist hier ja hier das hier so ein rotes ding da geht ihr das ist hier noch ungefähr so und da steht drücke um peyote zu essen das ist irgendwie so eine droge da werdet ihr entweder zur zum huhn zum möwe oder zum adler wir werden das jetzt mal ausprobieren wie gesagt nur im singleplayer und nur auf dem nextgen konsolen dann legen wir mal los so und es gibt diese drogen 0 27 mal auf auf der karte mit dem huhn kann man jetzt leider nicht fliegen das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen ja aber wir gucken uns hier mit dem huhn noch ein bisschen den sonnenuntergang an so zack 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 sieht das nicht cool aus leute oder das wir stehen hier alleine im huhn ach alleine im huhn wir stehen hier mit einem huhn alleine auf dem berg und gucken uns das handwasser an aus der ferne über dem mond das ist echt schon geil wie gesagt nur 27 mal auf dieser kompletten karte gibt es diese droge ja und ich würde mal sagen wir beenden das jetzt auch wenn ich das irgendwie hinkriege hallo da kriegen das irgendwie nicht hin egal laufen wir hier noch ein bisschen rum ja auf jeden fall die tipps und tricks videos die werden immer so ein bisschen unregelmäßiger kommen mal sehen vielleicht bringt ihr auch jeden jeden zweiten tag oder zweimal in der woche so ich würde sagen so zweimal der woche weil so viel gibt es ja gar nicht ja doch so es gibt so viel aber halt nicht so viel dass man das alles so machen kann ja das sollte man probieren können auch machen ja hier sehen wir uns von vorne cool ja ja okay und das war's auch schon mit diesem video ich wollte euch das nur einmal kurz zeigen halt kleines tipps und tricks video wie gesagt kommt mal zwischendurch ich bin der nico von sebros abonnieren nicht vergessen vielleicht auch mal einen kommentar mal schreiben was ich für euch ich sag mal jetzt inspizieren soll inspizieren sagt man das so untersuchen soll halt ja abonnieren nicht vergessen ich bin der nico von sebros das çok es